Katzenpfote oder kurze Trompete dient den Schauerleuten im Hafen zum Heben schwerer Lasten. Dazu wird die Leine doppelt gelegt, die Bucht nach hinten geklappt und die beiden entstehenden Augen gegenläufig verdreht. Einmal, zweimal, dreimal. Man kann sie vier oder fünf Mal verdrehen. Zum Schluss kommen diese beiden Augen entweder in einen Haken oder wie hier demonstriert oder einen Stock. So wie gesagt Katzenpfote oder auch kurze Trompete.